hallo leute und herzlich willkommen zurück bei neo wir haben herausgefunden wie der korb geht und zwar müssen wir schon mal die regionskarte freigeschaltet haben und die kriegen wir sobald wird das hier beendet haben so und ja ich behaupte das und ich weiß es nur sollten wir nicht einfach so sterben warum nicht gut ist für meinen rücken ach da musst du durch gut müssen einfach die die töten die aufnehmen so war eigentlich ganz einfach gut also bist du bereit weiterzumachen natürlich ich bin bereit ok ich bin auch bereit gut Okay, ich habe eine Samurai-Fähigkeit gekriegt. So, was kriegen wir hier oben? Bist du beim Friedhof vorbei? Äh, ja. Muss man da lang? Ich weiß es nicht. Ich auch nicht. Ich gehe nicht davon aus, dass ich hier einen Plan hätte. Ich habe noch weniger einen Plan als du. Okay, wer ist das? Ich könnte nochmal gegen Deck spielen, Stufe 5? Hi. Äh, hi. So. Ich frage mich, ob es schlau ist, gegen dich jetzt zu kämpfen. Aber es könnte etwas Wertvolles dabei rauskommen. Ja, aber weil ich vernünftig bin, lasse ich es. Wir wollen ja eigentlich weiterkommen, nur nicht die ganze Zeit. Ich finde dieses gedrückt halten ekelhaft. Äh, was gedrückt halten? Untersuchen, äh, Leitern. Ach so. Weil, wenn man mit Morse und Tastatur spielt, das verlangsame ich einen dermaßen. Und ich kämpfe jetzt nicht gegen diese ganzen Geister, wenn wir die Etappe abschließen wollen. Ja, auch nicht. Ich bin gestorben. Da oben bei der Hütte. Ich habe einen zweiten Schreiben gefunden. Ja, beim Friedhof. Verdammt. So. Okay, habbar neue Waffen. Ich glaube, ich behalte... Ne, ich behalte das, was ich habe. So. Und kommst du eigentlich gleich gut vorwärts? Aktuell schon, würde ich sagen. Sehr gut. Ah ja, und man darf nicht zu früh die Leertaste klicken, um zu regenerieren. Und dann regeneriert man so gut wie nichts. So. Wer wurde dann leider da getroffen? Ah, sind beide Rattehote auf meiner Liste. Bist du gestorben? Ja. Sind halt diese vier, fünf Gegner auf einmal, bei denen ich dauernd sterbe. Und wo sind die, die Gegner? Ah, siehst du, der Anstorz. Bei so einer Hütte. Nein! Ich war unvorsichtig, bin gestorben. Und alle meine Punkte sind weg. So kann's gehen. Hat er über 2000 Punkte. Das kreuzte mich schon ein bisschen an. Aber nur ein klein bisschen. Was bist du denn für ein Hübscher? Au. Warst du jetzt direkt mit mir? Ich bin doch auch ein Hübscher. Weil, der hat viel Leben. Ich glaub, das ist dieser typische Dark Souls. Ich bin ein schwerer Gegner am Anfang. Und wenn du mich besiegst, kriegst du besonderen Loot. Ich glaub, das ist, äh, Mann, ich bin ein schwerer Gegner. Und wenn du mich besiegst, kriegst, schaust du in die Rühre. Dann kommt sowas. Ah, ich hab jetzt keine Heilung mehr. Und der ist noch nicht mal halb down. Ich bin im Moment mächtig angepisst. Ja, der auch. Der macht die Hütte kaputt. Was soll denn das? Ich kann doch nicht einfach die Stadte stüren. Oh. Oh. Oh, wie mach ich das denn? Vielleicht mal mit nem Speer probieren. Da. Hallo, du fandst ja 50er. Bei manchen Gegnern visier ich schon gar nicht mehr an, einfach. Warum? Weil ich's bei manchen Gegnern nicht brauche. Also Ziel ist heute Mission-Träger vielleicht, je nachdem wie lang es da hat. Ja, das wäre vielleicht von Vorteil. Aber ich glaube, ich komm hoffentlich an meine Seelen, ohne dass irgendetwas... Ja. An meine Seelen komm ich hier problemlos. Und das Haus ist auch wieder repariert. Dann switch ich mal auf meinen Speer und gucke wie's läuft. Also du musst schon mit mir reden. Überall sind einige Gegner. Ich muss mich konzentrieren. Ich bin wieder verreckt. Und meine Katze liegt ja auf dem Bett und putzt sich. Ja. Was? Eine Katze. Du hast eine Katze? Ja. Natürlich hab ich eine Katze. Was heißt hier natürlich? Ich dachte, du hast eine Katzenhaar-Allergie. Nein, ich hab das nicht wirklich gedacht. Du hast es nie erwähnt. Gestorben. Gestorben. Ich kann mit meiner Ausdauer fast die Ausdauer eines Feindes weggehen. Wenn er blockt? Ja. Nett. Als eines kleinen Feindes. Als eines kleinen Feindes. Ich hab schon wieder zwei Heil-Items benutzt. Nicht schön. Und schon wieder zweimal hintereinander gestorben. Ich hoffe, der respawnt nicht. Ich kann sonst ziemlich eklig werden. Ich hab ihn. Sehr gut. Ich hab ihn. Irgendwas Besonderes getroffen. Ich guck mal. Ah, gut. Nichts so Schönes. Dann möchte ich mal wieder auf meine Doppelspferde. Wofür hast du denn sonst die ganze Zeit genommen? Äh, gegen das Vieh hab ich, ähm, meinen Speer genommen. Gegen große Gegner ist der schöner, wegen mehr Reichweite. Okay. Hast du die Kette schon ausprobiert? Nee. Du? Ja, ich kämpfe die ganze Zeit mit der Kette. Also, okay. Also, ich finde die Kette praktisch. Uh, große Kiste mit viel Zeug drin, das nix bringt. Hm? 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 Hm, gestorben. Meine Ausdauer geht so schnell runter. Ich glaube, ich bin... Ich habe ja einen Titel bekommen. Frag mich nicht, was es damit auf sich hat. Äh, Key-Nutzer. Dafür kriegst du Rufspunkte. Oder irgendwie sowas. Hm? Hm. Boah. Und hoffen mal, dass das was bringt. Und dritter Schrein. Was? Ich bin doch immer beim ersten. So langsam. Ja, wie mir schon gedacht. Immer wenn du eine Tür an einem Weg schreien siehst, kannst du sie von der Seite nicht öffnen oder so. Hm. Hm. Also die Kette ist sehr praktisch. Die meisten Gegner sterben bei einer... Bei einer kleinen Kombo. Ja, genauso wie bei den Doppelschwertern. Wir sind auch ziemlich schnell. Dass die Gegner keine Chance hat, zuzuhauen. Wie bei der Seite ist das nicht so sehr... Mit dem, was sich in der Seite ist. Ja, ich bin doch auch mit dem, was ich hier so ein Jo-Kai-Nebel. Weil da hinten ist schon wieder so ein Jo-Kai-Nebel aus dem, wahrscheinlich ein großer Gegner rauskommt. Ähm? Ja, der ist ja selber großer Gegner wie gerade. Aber mit anderen Waffen. Oh ne Sag nicht, der hat jetzt schnelle Waffen Ach komm schon So Und vergiss nicht immer wieder Dings zu machen Leertaste Ich hab jetzt einen Gegner Also einen großen, der viel Schaden macht Und viel aushält Der jetzt Doppelkartanas verwendet So, letztes Highlighten Der ist bei der Hälfte Sehr gut Also du sagst, beim Friedhof ist Ist ein Schrein Na, wenn du da den Weg etwas weiter gehst Genau So, Schiragibler ist tot Nein, ich bin das Co., das ist Das ist noch so schwer Ah, das ist noch so schwer ich bin schon wieder gestorben ich glaube sterben ist mein hobby das kann sein das wäre jetzt nicht so meins muss ich sagen meins eigentlich auch nicht das ist ein bogenschützer auf dem dach so 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 ich kann ja nicht offen darüber reden was hier passiert warum weil du noch nicht so weit bist und ich will dir nicht die überraschung verderben es verdient mir mehr die überraschung wenn ich es nicht weiß so 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 ich bin schlimm sage ich dir okay okay Gut, also bis jetzt komme ich halbwegs gut voran. Die Frage ist nur, wie lange werde ich das noch so reichen? Das ist ein item, aber ich trau der Sache nicht. Ach komm, ich hol's mir. So. So. Oh, Pfeil und Bogen gekriegt. Sehr gut, sehr gut. Oh mein, hat er nicht nur begrenzt Pfeile? Nein. Hä, Zombies! Das nennt sich Yokai. Ah, dieser elende Bastarde. Und noch nen kleinen für den Schrein gefunden, süß. Äh. Gut, mal sehen wie das läuft. Gut. Vielleicht bringt das ein bisschen mehr. Ich fang jetzt schon damit an mit dem Bogen vorsichtig, äh Gegner zu pullen, wenn ich um eine Ecke nicht sehen kann. Ja. Gut. 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 Hat man nie genug. Aber Seelen oder Yakameya oder wie die heißen, um Level aufzusteigen, habe ich nicht genug. Und die haben meinen Kampfstil noch nicht gefunden. Die Sonne fängt an, auf meinen Bildschirm zu leuchten. Nein, sehe ich noch ein bisschen weniger. Hast du keinen Entspiegelten? Nee. Oh-oh-oh-oh. Oh-oh. 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 So. Ih, es gibt auch einen Gifteffekt in diesem Spiel. Und? Und der tut weh. Verstehe. 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 Okay, wir haben schon 31 Minuten. Ich würde sagen, das war's für diese Folge. Also so, liebe Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Ciao.